Hier ist unser neues Pärchen, wo wir unsere Welpen jetzt erwarten. Paula ist die Tochter von Mirko, Anni und Diablo. Wir erwarten eigentlich sehr viel von dieser Mischung. Die Welpen von Putze und Horlads Schwester. Sula waren sie schon sehr schön. Da waren wir mal gespannt auf den Wurf. Hier waren ein paar andere gewesen und jetzt ist natürlich wieder Zeitung lesen angesagt. Das war's für heute. Das war's für heute.